Wir haben auf! Es sind Dinge, die die Mut in uns wecken, Grenzen zu verstoßen, die andere für uns setzen und Fesseln zu holen, die wir selber zugezogen haben. Auch der Angst uns will immer folgen, dabei ist es doch genau das, wonach wir uns alle sehen. Vielleicht ist es nur ein kurzer Augenblick in unserem Leben, ein Knopfen in der Brust und der Atemzug im richtigen Moment. Aber eines ist sicher, es ist eine Zeit für uns auszubrechen. Es ist eine Zeit, sie zu fühlen. Wir alle könnten sie fühlen. Freiheit!